Nehmen wir ruhig deine Kristall-Kavern. Ja, hast du keine Mission im Moment? Nee, bei mir wird keine angezeigt. Ich denke immer, ich muss am schwarzen Brett oder irgendeine aktivieren oder so. Aber das ist so auch nice. Echt ein geiles Spiel, ne? Ja, ich bin mir schon. Oh, jetzt müssen wir wieder hier Alien-Eier sammeln. Da kommen wieder doch wohl die Wellen an. Ja, lieber Alien-Eier als Rohre verlegen, ey. Oh ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Geht's up! Do anything with more legs than two! Get ready to rumble! Lights up! Alright team, you're going after eggs this time. Alien eggs. Can't miss them, they're big in their glow. Get the eggs to Storm and Molly and get back alive. Ah, do you have one? Yeah, I've already found two of these trees. Ah. There's there... Sorry, I don't know if you're going to get this one. Can I do it. Nitro is always good. This can sometimes really get the arse. Yeah, definitely. Also, that's... I mean, that's... Ohne Nachschub is man echt on fire. Yeah. Ohne Moos nix los. So. So, here would it also go further. Mhm. Musst du mal den Rest nochmal abbauen. Ich bin ja nicht runter gefallen. Oh. Oh ja, das hat weh getan. Mhm. Oh, hier gibt's ja auch so'n grünes Ding. Aber naja, das muss man nicht unbedingt tun. Boah, jetzt bin ich schon mir runter gefallen. Das gibt's doch nicht. So komm, letzter Versuch. Ich hab mich zur... Manchmal ist es halt so, dann haust du dich da im Felsen rein. Und denkst so, alles klar, dann kann ich jetzt reinspringen. In die Spalte, aber... Dann war's das wieder. Dann fällt mal wieder runter. Ja, das stimmt. So, jetzt nochmal. Du musst doch aufpassen, dass du dich nicht killst, ne? Ja. 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 Bei Pflänzchen habe ich schon gesammelt, aber hier ist noch eine versteckt. Ja. Oh, unten gibt's noch mehr. Und hier gibt's auch ein Ei. Oh, sehr schön. Wir machen erst mal die Pflanzen und das Nitra und dann... Ja, können wir auch machen. Gibt's hier auf jeden Fall genug, äh, ah ja. was voll so 40 haben wir schon sehr schön rest baust du ab oder wenn wir darum ist noch 54 genau dann können wir jetzt das ei auskram da ist es das mögen die ja gar nicht überhaupt hier reinpasst sehr gut eine cryo grenade ist aber auch sehr geil ne die ist schon wirklich nicht schlecht weil dann die sterben ja auch dann echt schnell wenn man die einmal gegründet hat und rein schießt hier oh gesundheit voll das geht schnell diesmal wie sie denn glaube hier geht es noch weiter was das weiß ich mal durch den kristall buddeln muss es war auch neune hier schon das nächste ja 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 Oha! So! Mal das nächste Ei hier! Der ist auch weg! Ich hab gedacht, was knabbert deine Arme hier rum? Was geil, wenn du die anstierst und ich baller die dann weg? Ja! Richtig schön! Das funktioniert auf jeden Fall gut, ja! Ja! Junge, Junge, das geht ja auch hier! Hier ist irgendwas? Okay. Hast du ein Secret entdeckt, oder? Ja, irgendwie gibt es jetzt was auf dem Radar wieder, aber bis wir da sind, das ist ewig weit weg. Mhm. Oh, hier gibt es auch zwei Blümchen. Drei sogar. Oh! Sehr gut! Oh, ich hab auch noch zwei. Hier ist auch noch eins. Ui! Und hier gibt es noch was rotes. Okay. Special Stein, ja. Oder? Ist das so ein Special Ding? Ja, es könnte sein. Ich kannte ja nur diese blauen und grünen halt, aber... Oh, ja. Hier ist es. Ist ja cool. Kannst du es haben? Ja, kannst du ruhig einsetzen. Ich kill mal den Typen hier. Äh, diese scheiß Käfer. So. Ich sehe noch eine Pflanze. Okay. Wo ist denn Mori hier? Hier ist Mori. Hier ist Mori. Oh, hier gibt es eine Menge Gold. Mann, wenn er richtig los schießt, da siehst du ja dann eine Zeit lang gar nicht. Dann haben wir so viele auf dich zuglaufen und dann rumklatzen, da? Ja, das stimmt. Gibt es noch mehr Nitra hier? Alter Schwede, das ist ja richtig Hammer. Mh. So. Kann ich uns hier nochmal Gold reinpacken? Bambabam. So, ein Ei brauchen wir noch, ne? Mh. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Da muss immer das wird hier oben sein. Ja, vielleicht. Oh ja, hier ist eins. Ah, von den Apokablüten haben wir schon 15 von 15. Genau, das haben wir schon geschafft. Super. Ah, ich baue hier auch nochmal Gold ab. Sehr gut. Sehr gut. Ich würde sagen, bestellen wir uns auch nochmal Nachschub, ne? Ja, das würde ich auch sagen. Warte mal, ich sehe hier noch eine spezielle Pflanze. Sehr gut. Gesteinsbirne. Und hier haben wir noch eine Menge Nitra. Nachte mich so ein bisschen an die ägyptischen Pyramiden irgendwie, wenn ihr das im Film immer siehst, so, was weiß ich, äh, die haben die Pyramide gerade ausgeräumt und dann anstatt abzuhauen, ähm, wollen sie hier noch was einsammeln und da noch was einsammeln und dann sterben sie meistens dran. So, und dann kann ich den letzten Schuss hier nur absetzen. Dann kann ich uns da auch nochmal Nitra abbauen. Ja. Pflänzchen habe ich auch eingesammelt, da müssen wir jetzt 16 dann haben. Okay, Nitra ist voll. Ich frage mich auch, ob wir, ob da noch ein Ei drin ist. Das weiß ich nicht, aber hier gibt es irgendwas, wo man eine Batterie einfügen kann. Aber wir haben keine Batterie. Okay. Vielleicht liegt die hier irgendwo rum oder so. Tja. Tja. Warte mal, ich kann ja nochmal den Rest von Nitra abbauen. Ja, über uns gibt es irgendwie eine komische Kammer. Tja. 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 so kammer über uns wenn du die karte drückst du siehst du ja das und oben ist sowas rosanes über uns und das ist so eine kammer ja stimmt da sein oder da so wo ich hingeschossen kannst du da mal so ein seil hinbauen nicht machen ach so ich glaube das ist nicht da oder was so hast du hier nicht die lampe reingeschossen hier da so da warte mal ich kann mich aber ach ich habe auch nur schuss sonst so nix war noch mal aber ich kann mich hier mal es muss über dieser kammer direkt drüber sein ja es ist irgendwo da so vielleicht wirst du mal von da wo du schon gemacht stellen uns noch mal nachschub nicht mal von hier aus dahin zu haben was sich schon gute arbeit geleistet das stimmt theoretisch könnte man sich ja von da ich versuche mal was anderes wir auch noch eine stelle das ist gut gut Ja, ich hab's gefunden. Also wenn du weißt, kannst du hier nicht reinkommen. Ich könnte nur versuchen, mich da hochzugraben. Theoretisch kannst du auch bei meinem Loch durchkommen. Ja, das könnte ich auch machen, aber dann müsste ich wieder runter. Stimmt, hast recht, macht sogar mehr Sinn. Oh, das tat weh. Warte mal. Ach, das ist ein neues Kosmetikartikel hab ich gekriegt. Oh. Hier gibt's auch für dich schönes Kosmetikartikel. Oh, sehr schön. Ferne Felder. Das ist schön. Da freue ich mich. Wo ist die Mödie jetzt hin? Der kann ja auch da richtig auf dem Dach, also der kann ja kurz über sich bewegen. Oh. Alter, voll die Spinne. Ja. Ich mach jetzt, ach so, Ammo, ach hier. Wenn du willst, kannst du aber jetzt hier, ne, das andere dir nehmen. Okay, warte mal, dann führ ich nochmal nach. Auf und dann können wir die, kannst du dir noch, oder wir können auch noch eins bestellen, ne? Ja. Ja, wir haben ja genug, ne? Also, wie du willst. Wollen dir nichts verschenken. Ja, das stimmt. Oh, Wolli hat sich schnell verkrügelt. Ja. Bevor die Drohne runterkommt. Dann können wir, wenn du willst, los starten. Mhm. Ich mach mal das Knöpfchen. Jo. Oh, oh, da bin ich aber gespannt, wo er da langläuft. Ja, ich auch. Das wird jetzt, alles, was bis jetzt passiert ist, war ja relativ einfach. Aber ich glaub, der Rückweg, der wird ein bisschen komisch. Das kann schon sein, ja. Da hinten hab ich schon Spinnen gesehen. Dropboard has arrived. Retrieving the Mule. Lighting up! Dropboard departing in T-minus 5 minutes. Lighting up! Ah, man bekommt, lädt sogar die Energie auf, wenn man Knopf wieder gedrückt hat. Wie? Ja, ich bin irgendwie runtergefallen und hatte nur die Hälfte Energie. Dann hab ich den Knopf gedrückt und hab Wolli aktiviert. Jedenfalls die Drohne. Und dann hab ich da volle Energie gehabt. Ja, ich glaube, du hattest doch, äh, die Energie vom Dingens gekriegt. Ah, genau. Ah, Alter, ja. Siehste, ich darf keinen Urlaub machen, ey, dann ist der Kopf kaputt. Okay. Oh Gott, da lang. Kommst du da hoch? Okay, das geht noch bis hierher. Musik ist cool, das ist so richtig so finish, ne? Genau. Ja, wir haben es geschafft. Sehr gut. Das ging ja gut. Ja, das hab ich auch nicht gedacht. Hui, und rein in die Olga. Auf jeden Fall. Schon nice. Mhm. Und wieder erfolgreich. Alter, bist du schon Level 16, nicht schlecht. Viele vedet nur, welche aus bestimmten interesse der EU seitdem testified wissen von der EU authorities jetzt. Be essential unser Werk fáker bekämpft. Und jeder hat sich versch penal. Ja. Da wir haben jetzt keine Wegeher.